So Leute, da sind wir auch schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich findet Johnny C. den ersten. Wo werden wir den finden? Den findet ihr in Pleasant Park, hier in dem ersten Haus. Ihr seht schon, ich mach's gerade im Solo-Modus. Ob das gerade so eine gute Idee ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Weil in Gruppenkeile habt ihr natürlich jetzt gerade das Problem, dass natürlich alle die Aufgabe machen wollen. Im Solo-Modus habt ihr natürlich auch die Gefahr, aber da habt ihr vielleicht das Glück und ihr habt ein paar Bots dabei, die gerade auch da rumlaufen. Also ich würde derzeit eher Solo, ähm, Duo, der Team ist natürlich noch einfacher, aber ich glaube, da kann es auch nur einer jeweils abschließen. Also wenn ihr jetzt im Solo ein Duo oder Team habt, sprecht halt alle erstmal den an, damit ihr alle die Aufgabe schon mal habt. Und dann würde ich sagen, einer kann ihn quasi töten und die anderen gucken quasi nur, dass keine Gegner mitkommen. Ich bin nämlich schon mal gespannt. Hier landen jetzt bestimmt erstmal 10.000 Leute. Ihr seht schon, hier unten sind die Sprechblasen. Oh Gott, das kann schon nichts geben. Das kann nichts geben hier, das. Safe Call. Guckt euch mal an, wie viele Leute hier landen. Das wird eine Aufgabe, die wird anders nervig. Das macht euch jetzt schon. Wir landen gerade gefühlt 6, 7, 8, 9, 10 Leute oder so. Das ist schlimm, ich kann ihn jetzt nicht ansprechen, nicht herausfordern. Ja, bekämpft euch mal alle. Gleich habt ihr Glück. Aber wie gesagt, den ansprechen, dann unten links hin und dann müsst ihr den herausfordern. Das ist so die Kurzvariante. Einer ist noch da. Sorry, tut mir leid. So, hier unten links, das Bayer. Dann herausfordern. Und ganz normal gegen ihn kämpfen. Ja, ja, seht ihr schon da hinten den Schlingel? Nein, ich hab's direkt geschafft. Ich glaub's ja nicht. Ein Wunder ist geschehen. Ich hoffe, die Objekt zählt jetzt auch. Aber ich glaub, man kann ihn auch herausfordern, wenn... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Achso, ich muss nochmal da hin. Nein. Fuck. Ja, das meinte ich mit Bots. Deshalb probiert's echt im Solo-Modus. Zack. The Fire abschließen. Hat's gezählt oder nicht? Ich hab immer so ein Glück. Ich sag ja, für euch kann's nur lustig werden, aber es scheint gezählt zu haben. Ja, da unten ist es. Voliere den ersten, kehre zurück. Nicht abgeschlossen. Nein. Hat's nicht gezählt. Ne. Ich muss nochmal da hin. Lol. Aber genau so müsst ihr es machen. Aber ihr seht schon selber, was für ein Chaos hier entsteht. Oder ihr geht halt später hin. Weil wenn der gestorben ist, könnt ihr den, glaub ich, noch mehr herausfordern. Also nicht am Anfang der langen, sondern eher am Ende. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen weiterhelfen. Es war vielleicht auch ein bisschen unterhaltsam. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch macht viel Spaß mit den Aufgaben. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.